Ja, natürlich sollten Sie die AfD wählen. Die AfD ist die einzige Partei, die die unteren und mittleren Einkommen deutlich entlasten wird. Durch eine Steuerreform, die diesen Namen verdient, durch eine Anhebung des Grundsteuerfreibetrags auf das Existenzminimum, durch eine Restrukturierung der Einkommensteuer, die tatsächlich die unteren und mittleren Einkommen entlasten wird und durch eine Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7%. Die AfD ist die einzige Partei, die die Familien nachdrücklich unterstützen wird. Indem wir sagen, es muss möglich sein, mit einem einzigen Einkommen eine Familie mit einem Kleinkind zu ernähren. Und das wollen wir möglich machen. Und dazu gehören auch Konzepte wie das Familiensplitting in der Steuer oder Kinderkredite für Familien. Die AfD ist die einzige Partei, die die wirtschaftlichen Probleme in unserem Land bei der Wurzel packt. Wir haben sehr niedriges Wachstum. Und das trotz Nullzinspolitik und Geldmengenflutung durch die EZB. Und es sind genau diese beiden Punkte, die wir abschaffen und aufhören müssen. Denn die Niedrigzinspolitik und die Geldmengenüberflutung treibt die Preise bei uns in die Höhe. Macht es da möglich, dass sie sehr viel bezahlen, obwohl ihre Einkommen nicht steigen. Und das ist genau das, wo die AfD einhaken und die wirtschaftlichen Probleme in diesem Land beseitigen wird. Die AfD ist die einzige Partei, die sich wirklich für europäischen Zusammenhalt einsetzt. Die nicht die Diktatur über andere europäische Staaten als Normalität erklärt. Die erkennt, dass Griechenland etwas gegen die Austeritätspolitik hat. Dass die Ostländer etwas gegen die Flüchtlingszuweisungen haben. Und dass insgesamt dieses gesamte europäische Gefüge, so wie es gebaut ist, nicht mehr funktioniert. Sondern dringend einer Reform bedarf. Und zwar keiner Reform zu mehr Europa, mehr EU, mehr Zentralisierung, mehr Bürokratie. Sondern mehr Demokratie, mehr Mitsprache für den Einzelnen, mehr Gewicht der einzelnen Länder. Und schließlich ist die AfD die einzige Partei, die Rechtsstaatlichkeit wieder beachten will. Die es nicht duldet, wenn man gegen die Dublin-Verordnungen verstößt oder gegen die Regelungen der Euro-Verträge. Sondern die AfD ist die einzige Partei, die Rechtsstaatlichkeit wieder einfordert und durchsetzt. Und ja, das gilt auch für Zuzüge aus dem Ausland. Das gilt auch für Flüchtlinge, die behaupten, sie seien Flüchtlinge, sie hätten Fluchtgründe, aber ihre Identität nicht nachweisen oder illegal ins Land gekommen sind. Die AfD fordert Rechtsstaatlichkeit, die Herstellung von Recht und Gesetz. Denn das ist die Basis, auf der wir alle gut miteinander zusammenleben können. Und diese Basis wird die AfD wiederherstellen. Natürlich sollten sie die AfD wählen. Denn in diesen fünf Punkten ist die AfD die einzige Partei, die das so durchsetzen und vertreten wird.